Musik Hallo Guys! Oh wie geil wär das wenn einer zu uns bellen würde Wauwauwauw Vor allem es hört sich halt an wie so ein sterbender Hund Oder pusht einer Rechts pusht einer! Hehehehe Och Micha was soll der Scheiß? Was denn? V-Ranken Oh lol da ist noch eine Achso wir töten wieder gar keine oder? Oh Stefan! Nee ich hab versucht den zu töten Stefan! Ich bin gar nicht richtig! Please! Fokus! Please Guys! Fokus! Das ist geil! Das ist einfach geil! Oh jetzt hab ich die neue Waffe! Wieso kann ich den Dämpfer nicht weg? Geht weg! Geht halt nicht! Hä? Aber ich hatte doch sonst nicht nen Dämpfer! Früher oder? Früher hatte... Aber früher hatte die Uzi noch so nen Dämpfer oder? Ja! Ne die von den CTs! Die war geil! Wie kacke die CTs aussehen! Was? Fußgängerüberwege soll ich auswählen? Ah! Ah! Ist immer ein kleines Race! Oh Ryder come Victim! Du musst... Ah! Fuck you! You have to move! Ja! Da downloadet ja das! Ja! Ja! Da bist du halt schon hinter dem Passwort! Der T-Mate oder was? Was? Der T-Mate downloadet das gerade! Was? Ich hab gesagt, der soll mal Fokus! Let's go! Ich mute mich ja im TS, damit ihr das gescheit habt! Oh Gott! Das ist ja sonst so verwirrend! Was lohnt der, wenn du schreist? Was passiert wohl, wenn ich belle? Office! Mann! Oh, da hat er ganz hoch gejauelt! Au! Office! Clam Henspray! Toilets! Geil! Das sind so richtig fette Engländer! Oh nein! Please dry hard, Coco! Please! And do it in the name of love! Good job! Slow for slow! Fabulous! Der Lumpfelt! Muffelt! Der Lumpfelt! Der Lumpfelt! Flasgar en Gagel! Der Lumpfelt! Der Lumpfelt! Skitzt! Der Lumpfelt! Der Lumpfelt! Toilets 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 Hit for 99 Es ist ein Night Das ist ihnen halt auch komplett egal, ne? Da ist nicht Bälle Ja, irgendwie schon Die sagen nix Aber ich versteh mich halt auch nicht Ja, die Steckerleiste Du rausziehen Dann hast du gewonnen Ist ja eng Ja Och man, mach doch Hehehehe Wow, jetzt bringen sie sich schon selber auf Ich bin so gut Ich gewinnt ja noch die Runde Ne, ne Abstimmung Ehh Ehh Hehehehe Loose or Kick Hehehehe Hehehe Wow Warum Warum? Ach Wie widerspiele ich mit denen Ich letztes Mal durfte ich nicht eine Runde gewinnen Und Stefan, du bist die ganze Zeit geärgert Ey, da konntest du keine Runde Schlecht Aber du bist mit 3 Jahren geärgert hast Hehehehe Anführungsstil Oh Ig 48 49 50 49 50 40 50 50 49 50 50 vor allem wieviel munition die haben äh 30 vier magazine ich krank lol er schießt mich einfach was hat der denn für ein profil wild versaut er hat nicht getätelt wollt ihr nicht mal so schöne runde gewinnen ich glaube ich mal ein autosniper jetzt geht der lila sehr gut hier ist keiner hat der meine waffe nicht aufgenommen ist du spielst aber nicht mit dem dmg bei äh betta gun i have no money for better guns please we go 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 pullid the dogs out hu 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 Gibt's da noch andere Tiere? Nee. Schade. Also man kann noch irgendwie was runterladen. Wenn wir alle ein Tier nehmen können aus so einem Profilbild. Und dann levelen wir jetzt seit dem Bauernhof. Ja, ein Bauernhof. Scheiße, da kommt einer im Spawn. Die Runde wird nie zu Ende gehen. Ach doch, Chambers wurde zu einfach. Wow. I'm not cheater, don't report. Wir können denn auf die Idee, den zu reporten? Wake. Beim Kind muss man noch so ein bisschen rumspielen, damit das so richtig schön fett klingt am besten. Ja. Kannst ja versuchen fett zu reden und dann die Stimme einfach nur höher machen. Das stimmt, natürlich. 007, zwei Totalausfälle. Leider im Team. 007, zwei Totalausfälle. Der Arsch, was checkt der da? Lauf doch einfach durch. Das sind wir Freunde, Wichse. Oho, schon wieder ne Runde. Ja, das wird ne Wind. Außer wir fangen an unsere teammates zu unterstützen. Ich hab schon mal Flash gekauft. Was machst du? Bähl mal zurück, bähl mal, bähl mal, bähl mal. Hallo! Hallo! Oh, and again. Wir müssen viel schneller sterben, ey. Dann wird sonst nix. Dann können die sich auf die zwei da konzentrieren. Ich wollte, wir schießen die einfach weg am Anfang der Runde. Let's go! Das funktioniert aber nicht gut. Und... Flashbang! Auf geht's! Flashbang out! Auf geht's! 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 Jaa. Äh. Äh. Hä? Die hat irgendwie jetzt beide gekriegt. Das sind zwei unterschiedliche. Ah. Der hat verwirrt. Jaa. 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 Oh, Micha. Was machst du? Jaa. 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 Das ist doch offen zu mal einen töten. Ne. Fünf fünf. Was? Es steht vor dem Punkt. Wir können keinen töten. Warum? Jaa. Es dauert lange und wir kriegen Runden und es ist alles schlecht. Alles schlecht. Was? What the fuck? Was? 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 Und da haben wir auch noch diese scheiß Smurfs hier im Team. Weg! Melden! Kick! Die zwei sind hier drum, die sind scheiß Office und die checken es nicht. Und wieder! Und wieder! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Ah! Geh, 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 Geh! What are you doing? Jetzt wird er wütend. Nein! Das könnt ihr einfach annehmen, weil sonst kein Ego ohne zwei Watsch. Die Null, Null! Die Null, Null, Zwölfer Typen, die dürfen drinnen bleiben. Was? Äh, er will mich kicken. Oh, warum? Ich hab ihn angeschossen. Oh! Wow! 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 Wie soll man so verlieren? Wir können ja mit der Ork spielen. Ich bin gerade auf. Ich bin gerade auf. Die schießen mich hier immer so viel ab. Oh, die Waffen hierher. Wetter. Es werden hier fangen. Hm? Wir wollen ja nicht. NICHT Schade 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 Forne russendatei Hey, what the f**k? Also ich glaube, wir können hier machen, was wir wollen. Ich habe gar nichts gehört. Ich gehe hier nur so durch den Wald. Wau, 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 wau. Wauw! Johef Hidde me Buggler. Nein, shut the f**k up. Cause you're fucking cancer. Hehehe Kill me, Kill me. I dare you. I don't want to see you. oh wow gillian what are you being a prick for say what fucking shit cunt say what was Oh, die Gegner. Was sind das für Gegner? Was hast du denn hier, wenn der nach dem Schlüssel fragt? Muss den Track reinziehen. Die haben das offenste Fenster, oder? Nö, kann ich schließen. Unten in der Tastle ist Rechtsklick beenden. Ich mach das auch mal an, den Daunen, Jodi. Äh, krack. Das untere da ist. Ja, wann nimmst du gleich das untere, oder? Ja, ja, das hab ich genommen. Aber da brauchst du auch irgendwo das Passwort. Also, erst wenn der fertig ist, wird da auch noch... Oh. Oh, da kommt dann Werbung, und dann muss man die wegklicken, und dann muss man was neu machen. Oh, der Micha hat sich versteckt, warum denn das? Ey, jetzt muss ich so ne Minute warten. Ich würde das ärgern, wenn du hier rein hast. Ich würde das ärgern, wenn du das Zeug warst. Ich geh'n du dies. Ruhe da! Ja! Grad kam gar nix. Oh. Der hat doch hier Addons schon drin. Weiß nicht, ich hab den nicht installiert. Ja, aber die hast du ja schon mituntergeladen. Wie oft musstest du das anklicken, bis das ist zu sehen? irgendwann ging was die upload feil ding das musste ich nur erst kam ein porno video, dann kam so ein komisches spiel und jetzt kam ein crit error, ich habe gerade nicht gebraucht dass ich den internet nicht verfolgen kann rechts kommt auch keiner boah ist das anstrengend ey kannst du eigentlich die datei überschicken die du auf deinem pc ja jetzt fragt er mich wie ich aussehe na geil oder bisschen verbraucht abgenutzt schreib abgenutzt 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 smoofl abgenutzt 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 Forrest Fuck Fuck Aber ihr fst doch nur Euer uergegatze hostage Bye bye round Der ist schon längst weggerannt Ich weiß gar nicht, ob ich Instagram hab. Der ist schon längst weggerannt! Beeil dich mit der Geisel auf den Schultern! Au au! Bleib den doch einfach mal zurück nerven jetzt. Und schick ihm einen Link von Lawu, wenn er eine Freund... Von wem? Von Gay Romeo. Ne, von Lawu, einfach die Anmeldeseite halt. Was ist das? Ja, das kann nicht eine Warteilung. Das ist ja gar nicht so. Warum bekommen wir eigentlich nicht ein Global-Team gegen uns? Ich weiß nicht, wer das ist. Oh, was ist das? Ich hab das neuer Rekord. Ja. Das ist so wenig, muss man noch nie machen. Das ist so schlimm. Blue, why, wie, a cunt. Maybe flame the fucking dog, not me. Halt die Fresse, du Spass, wir wollen D-Racken, halt die Fresse. Ja, bla bla bla, red doch mit deinem Kollegen da und babbel mich mit voll. Guck mal, der Terrorist, der hat mich einfach nicht abgeschlossen. Hat er sieht die Beine. Vielleicht war die vorbei gerannt. Er hat mich nicht abgeschlossen. Oh. Don't kill the dog, please. Oh, these fucking sciss Murphers. Shut the fuck up, you shit cunt. You're terrible. No, you are. Stop talking. Why do you smell? Stop talking. Aber ich bin sehr gut. Und ich habe schon so viel gegessen heute. Ein schöner Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch. You think now you're a good player? Yeah, we're better than you. Let's go, let's go. Nein, Serena! Oh. Oh. Wir verlieren. Machen wir in zwei Stunden noch ein. Finally happened. Jetzt wird das noch anstrengend. Jetzt müsst ihr ganz schnell reinrennen den Bot jedes Mal töten. Dann werden die wir laufen. Die sind so krupp. Was ist das? Weißt du, er fahr? Wir rennen oft in's rein mit der Autosliper. Da stehen zwei. und der schmeißt dir die Autosniper jetzt und die Kraft nicht. Stehen da laufen mit dem Rumi. Echte Silbergeber. Ja eben bin ich halt an einem vorbeigelaufen mit einem Messer direkt vor ihm und einfach den langen Gang weiter. Und der stand die ganze Zeit hinter mir. Wahrscheinlich dachte er, ich gehöre zu ihm, weil ich ihn nicht angegriffen habe. Gott, auf jeden Fall den Bot kriegen, ey. I see that you are me. Oh, nur noch zwei Runden vielleicht. Puh. Call us cheaters when you pull off shit like that. User disconnected from your channel. Okay, dann. Bye, bye. Ah, Bot ist schon tot, sehr gut. Yes, der tutet. Ja, dann war für gut. 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 0 0 23 0 yes finally not good enough boah war anstrengend ah schuld das sind ey das sind Adlers das sind halt wirklich Adlers, das sind noch nicht mal Smurfs was ist das? was? wie geht das? 21 22 23 23 23